so kurzes update und zwar let's go meine lieben es ist verbracht leds jetzt werde ich natürlich noch schön hier mit effekt schön anstrapsen und so die beide steckdosen nutzen optimal dann wird es da oben so dran hängen oder gucken wie ich das noch verkleide oder sowas aber schon was überlegen so sieht das aus meine lieben mega nice ist gut geworden habe jetzt hier ungefähr ein meter länger gemacht ich hoffe ich muss nicht kaputt machen brauche ich noch für später hoffe ich mal dass das jetzt nicht kaputt geht könnte sein dass da mehr energieaufnahme dann ist und die dann irgendwann dunkler werden ich hoffe es natürlich nicht weil es sind für fünf meter ausgelegt habe jetzt sechs meter draus gemacht drücken mir einfach mal die daumen das ist einfach alles wunderbar so bleibt und funktioniert geil